Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, ich wohne schon seit über 30 Jahren in Kreuzberg in der Nähe von der Markthalle 9, die auch an viel Elend schuld ist, meiner Meinung nach. Touristifizierung, Ballermannisierung, Gentrifizierung, Cupcake-ifizierung, das erleben wir alles auch in unserer Nachbarschaft. Und als ehemalige Buchhändlerin will ich natürlich Kiesch und Co. auch nochmal extra unterstützen. Und ich lese jetzt einfach so eine Geschichte von früher, von der guten alten Zeit, weil vielleicht sind ja noch Jüngere dabei oder noch Zugezogenerer als ich, die das gar nicht kennen. Das nehmen wir uns mal vor. Die Geschichte, wenn ich die auf Lesereise lese, ist es immer ganz gut, weil die Leute immer total schockiert sind. Aber hier wird es nicht passieren. Berlin 85. Im Kreuzberg der 80er gab es leider viele Kiffer. Und die Suche nach einer Band führte in modrige Proberäume zu ewigen Sessions, also fruchtlosem vor sich hin gedudelt. Kaum einer der Musiker konnte sich etwas merken und eigentlich wollte auch keiner Stücke machen. Und wenn endlich einmal doch was probiert werden sollte, kam garantiert irgendein fremder Hirni dazu und klopfte stundenlang ergriffen auf Tablas oder anderen Hippie-Trommeln rum. In den weißen Bars saß jeder für sich schwarz gefärbt und gekleidet am Einzeltisch und starrte düster arrogant auf sein Getränk. Wie soll man da die Band fürs Leben kennenlernen, wenn noch dazu bereits der Anflug eines badischen Akzents als extrem uncool galt? In Berlin zu wohnen war für alle zugezogenen Provinzler, echte Berliner gab es nur bei der Polizei, der BVG und beim Arbeitsamt, ein selbstgezimmertes Adelsprädikat. Grundsätzlich verdoppelte man die Berlin-Jahre, um besser dazustehen. Ein Weihnachten fuhr man etwa nicht nach Karlsruhe oder nach Hause, sondern in einem Nebensatz, etwas verächtlich, hingenuschelt, fahr nach Westdeutschland. Das Leben spielte sich in der Kreuzberger Oranienstraße und Wiener Straße ab. Manche rühmten sich damit, nie über den Kotti hinauszukommen. Besonders phlegmatische Kiffernaturen schafften es selten auf die andere Seite der Hochbahn, die das alte SO36 brutal zerschnitt. Sie kamen nie über den Heinrichplatz hinaus und kannten die Welt links der Hochbahn, das Madonna, das Wiener Blut und Intertank nur vom Hörensagen. Die Unternehmungslustigeren verbrachten die Nächte in Schöneberg, wo die berühmten Underground-Berliner Blixer Bargeld und Nick Cave im Risiko und im Ex-und-Pop waren. Ganz lange Nächte endeten in der Disco Che Conrad am hinteren Ende des Kurfürstendams. In Kreuzberg kam man nicht weit. Kreuzberg war überall begrenzt, endete immer überall. Entweder am Kanal oder an der Mauer. Der äußerste, verlorenste Zipfel Kreuzberg war der Platz vor der Oberbaumbrücke, hinter der U-Bahn-Endstation Schlesisches Tor. Ein beliebter Ort für die Spaziergänge junger Melancholikerinnen. Da, wo sich die West-Omas von den Ost-Omas mit ihren geblümten Einkaufssäckchen unter den Augen der gelangweilten Grenzer verabschiedeten, am toten Ende der Falkensteinstraße, am Ende der Welt. Da konnte sich der junge, depressive Mensch seinem Weltschmerz vollauf bestätigt fühlen. Spiegelte durch die Stadtlandschaft die Sinnlosigkeit der eigenen Existenz perfekt wider. Auch die Eisenbahnschienen auf dem Wüstenareal des Görlitzer Bahnhofs wiesen ins Nichts. Am Ende des Brachlands führte eine alte Eisenbrücke über die Wiener Straße und den Kanal. Die ganz Unangepassten kletterten hinüber, betraten Niemandsland und legten sich demonstrativ nackt auf die Wiese direkt vor der Mauer. Schon auf DDR-Gebiet und somit unangreifbar für die West-Berliner Polizei. Wir wollen jetzt nicht den West-Berliner Sentimentalitäten verfallen und davon schwärmen, wie beschaulich morbide es noch war, als nur Rentnerinnen über die Oberbaumbrücke kamen und die schlesische Straße hinter der ältesten Tankstelle Deutschlands an der Mauer endete. Aber schön war es doch. In der Falkensteinstraße flogen die Besoffenen schon mittags im Minutentakt aus den liebevoll Mörder entgetauften Säuferkneipen. Und gerade im Sommer kam ein fast mediterranes Lebensgefühl auf, wenn sich benachbarte Alkoholikerin aus den Fenstern ein liebevolles Halsmaul, du blöde Fotze zu riefen. Es war hart in Berlin, aber auch sehr schön. Alles war grau, verraucht und kaputt. Die Häuser hatten Einschusslöcher. In fast jeder Straße lag ein Grundstück, brach, fehlte ein Haus. Überall war Verfall und Ruin. Und das herausgeputzte, saubere Deutschland war ganz weit weg. Das Schönste aber war, sich nicht mehr als Außenseiterin zu fühlen. Normale Berliner lebten in Tempelhof, in Zehlendorf oder Friedenau. In Kreuzberg schienen alle Außenseiter zu sein. Die Bundeswehrflüchtlinge, die Türken, Türkinnen, die Musikerinnen und Künstler, die Schwulen und Lesben, die Alkoholiker, selbst die zugezogenen Studenten aus guten Verhältnissen. Der Anschluss an die Ausgehgesellschaft, der Versuch, Nachtleben, Studium, Job und Kind in einem tollen Alltag zusammenzubringen, gestaltete sich problematisch. Es lohnte sich, aber es war echt anstrengend. Zumal, wenn man sich am Morgen nach einer im Ex- und Pop verbrachten Nacht die sauertöpfischen Vorhaltungen des Elterninitiativkinderladenplenums anhören musste, weil man den blöden Blagen der ökologisch orientierten und in alternativen Zusammenhängen arbeitenden Eltern schon wieder nur verkochte Spaghetti statt hochwertige Gemüsevollkorngerichte vorgesetzt hatte. In der Woche saß man stundenlang in der U-Bahn zur FU in Dahlem, um dann innerlich und äußerlich desorientiert in den überheizten Labyrinthen der Rostlaube, wo der Fachbereich der Germanistik runtergebracht war, herumzuirren. Kennenlernen wollte man da keinen, weil einen die Trauer umflorten Drogen- und Künstlergestalten aus dem Nachtleben sowieso mehr interessierten als die farblosen Oberschichtskinder aus dem Literaturwissenschaftsseminar. Samstags ging man auf den Matschflohmarkt am Potsdamer Platz, im Sommer an den Flughafensee oder ins Prinzenbad, ab und zu ein Konzert im Loft, im Blockchock oder im Tempotrom. Die Bands aus Kreuzberg hießen Strange Man, Lolitas und Jingo de Lange und alle waren gemütlich aufgehoben in ihrer Szene. Und keiner suchte eine Sängerin. Also der Witz ist, ich bin ja nach Berlin gekommen, weil ich Sängerin werden wollte und keiner hat sich für mich interessiert. Keiner suchte eine Sängerin, die neu in Berlin und keine Amerikanerin war. Ich weiß nicht warum, aber Amerikanerinnen waren damals das Größte irgendwie. Dabei sind die Kulturleistungen der Schwaben und Badener in Berlin unübersehbar. Die Hausbesetzerbewegung der frühen 80er Jahre wäre zum Beispiel ohne die schwäbischen Tugenden Fleiß, Durchhaltevermögen und Sparsamkeit scharfe Scharfe Häuslebauer niemals zur Instandbesetzungsbewegung geworden. Genauso wenig wäre es in Berlin zum 1. Mai gekommen, hätten nicht die Badener wie ich ihr revolutionäres Temperament wie die badische Revolution von 48, 49 mit in die neue Heimat gebracht. Kurz davor aufzugeben und mich damit abzufinden, den Rest des Lebens nicht auf der Bühne, sondern allein mit dem Neil Young Songbook und der akustischen Gitarre auf dem Sofa verbringen zu müssen, führten mich Glück und Vorsehung ins Fischbüro. Das ist dann aber eine andere Geschichte. Vielen Dank. Und jetzt freue ich mich sehr auf die wunderbare Lisa Basorsch und die Badisten Andreas.